Servus, da ist der Glockenkieser, da bin ich in Schwabach-Wolkersdorf. Auf dem Feuerwehrhaus steht der Elektro L1 Luftschutz-Sirene aus dem Zahn, wirklich. Und den lösen wir heute mit dem Heulton zur Zivilschutzalarmierung aus. Und da dürft ihr dabei sein. Schaut euch das Video an, wenn ihr Interesse habt, und lasst einen Daumen hoch da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Abonnieren könnt ihr auch, wenn ihr wollt. Dem wäre natürlich gefreie, aber wir müssen da oder nicht. Auf den Abo-Zahn kommt es mir nämlich hier oben. Und jetzt viel Spaß gleich beim Alarmen. Ich mach dann den hier. Du gibst mir kurz das Zeichen, bevor du loslegst, dann gebe ich den zwei Außenbescheid. Ja, Rückmeldung, wann es losgeht irgendwie. Ich sag, guck mal wann es losgeht irgendwie. Ich sag, guck mal das Zeichen, bevor du loslegst, dann gebe ich dann kannst du mir kurz einen Wink geben einfach. Mach ich. Und wenn die bereit sind, dann löse ich aus. Okay? Du schneidest dann nicht zurück. Ich schneidest dann nicht. Genau. Gut. Wenn es in Ordnung ist, lasse ich deine Stimme mit drin. Okay. Okay. Ja, dann können Sie das. Mhm. Binden Sie schon? Ich mach mal her. 59 Jahre. Leuchtet bei der Kamera hinten, ist Licht rot. Rot und grün abwechslung. Ja, dann passt es. 3, 2, 1, Start! 3, 2, 1, Start! 3, 2, 1, Start! 4, 1, Start! 5, 1, Start! 5, 1, Start!